Guten Morgen, haudi, halli, hallo, moin, moin, hallöle, good morning, fröhlichen Nikolaus, hallo, moin, heyo, hi, hi, hallöchen, machchen, moinsen, hallo, hey, hi, servus, herzlich willkommen. So, die letzten Tage, Vlogmas, ähm, ich muss mich jetzt beeilen, dass ich aus meinem Zimmer rauskomme, unsere Cleaning-Leute sind da und die wollen hier sauber machen und ich sitze hier rum und störe, deswegen. Ich glaube, heute übrigens so an einem Arts & Crafts Day, weil draußen sieht das echt miserabel aus. Miserabel? Egal. Also, das ist das, woran ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Ähm, es ist nicht wirklich hübsch geworden. Egal. Vielleicht finde ich ein Teelicht, was ich reinstellen kann. Und ach du meine Güte, jetzt kommen die Jungs auch schon fast nach Hause. Mir geht es irgendwie, weiß ich nicht, nicht so gut. Ähm, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich fühle mich halt irgendwie richtig schlapp und, ja, keine Ahnung, schnell zu beschreiben. Aber ich will jetzt aufräumen und dann sind die Jungs auch schon hier. Ich bin jetzt dabei, äh, den Lebkuchenhaus-Mahnsinn vorzubereiten. Und das, was ich aus Deutschland geschickt bekommen habe, das verraucht wird für den Guss. Das heißt, wir müssen jetzt erst die Guss machen. Da steht so gut drauf, wie man den macht. Die Guss auch richtig wird. Aber den Rest habe ich hier schon. Die Großen machen das Haus, das große Haus und die beiden Kleinen machen mit mir zusammen das kleine Haus. Dann habe ich nicht vier Kinder, die sich auf ein Haus stoßen. So, und wieder ist der Tag vorbei. Ähm, die Kinder gucken gerade Grinch. Ich gehe gleich wieder hin und mach mit. Und dann lesen wir noch Hänsel und Gretel, weil ja das eine, äh, Pfefferkuchenhaus von Hänsel und Gretel ist. Ähm, da möchte ich natürlich, dass sie das Märchen dahinter kennen. Ähm, ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß hattet und auch morgen wieder einschaltet. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ich hab euch lieb und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut!